Guten Tag, Ebenz, der Leon. Wir sind wie ein Tegel, fliegen nach Mallorca und treten auf. Ich bin Rubi und ich habe Hunger. He has something inside in here. Ist das so nackig? Du alter Gangster. Wo ist denn das? Das ist wirklich deutschland. Bei Kenny gab es eine Salatschüssel, oder? Ich komme aus Bayern und das war ein Weißwürcht. Ich war bei Sport heute ohne Scherz und Sex. Ich habe ihm geschrieben. Leon, warst du auch schon beim Sport? Ja klar. Ich weiß, wir machen die Musik zum 24. Ich bin es so sehr aufger Diamond. Oh! Neon wollte freiwillig schieben, wegen dem Rollband, jetzt weiß er, dass es auf dem Rollband nicht funktioniert, jetzt will er nicht mehr schieben. Es muss laufen, das ist voll anstrengend. Geht's, Ruby. Jetzt kommen wir zum Hotel, dann Sachen auspacken, dann gehen wir zum Sport, was essen und ab zum Schreiben. Und am Strand. Aber war witzig. Ja, witzig. Witzig. Ich hab einen Typen gesehen auf der CSD, der war komplett nackt und hat mit einem Müllsack seinen Penis abgedeckt und das war's. Wenn du ruhig schlägst, dann wirst du nicht äckig. Versteh ich? Versteh ich? Der Fuchs ist gehaß. Das ist weich aber. Die Philosophie des Tages. Da war ich schon. Weiss. Einen eigenen Bus hat er auch gar nicht. Vamos a la Playa. Oh, oh, oh. Vamos a la Playa. Oh, oh, oh. Das ist ein Saunabus. Auf jeden Fall ein schönes Hotel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Abreil. Maenie. Auf jeden Fall doh da. Oh, oh naa. Wunderschön mit mehr Blick aufs andere zu machen. Alter Valena. Ja, Matsch. Der F labeled faucet. Für dieses Training hier ist Disco-Titte. Haha! Mit hier ist die Sack-Perspektive. Also, Training ist vorbei. Halbe Stunde. Disco pumpen. Jetzt gehen wir lecker was essen. Wenn sie mal in Mallorca sind, gehen sie genau hier essen. Da schmeckt es nämlich. Das ist der Chef und der kocht hier noch persönlich. Natürlich. Hab ich mir sagen lassen. Bediener und Kocher. Das probieren wir gleich. Schaut ganz schön gut aus. Ja. So, wir haben es geschafft. Den ganzen Tag unterwegs. Ziel ist erreicht. Wir liegen am Strand. Jetzt sonnen wir uns 2-3 Stunden und dann geht's ab in den Megapark. Der ist übrigens da hinten. Und dann reißen wir da heute Abend die Hütte ab. So einfach ist das. Leon meinte gerade, er kann zaubern. Das gucken wir uns jetzt mal an. Nur für David. Das ist ganz wichtig. Speziell nur für David. Ganz wichtig. Man muss den Sand analysieren. Das ist der Bescheid. Ich war drei Stunden auf der Beach. Und ich hatte wirklich gut. 500 Gramm. Aber ich habe nicht trainiert. Heute ist der Rest-Day. Okay. Äh. Au. Wir. Jetzt zum Megapark. Willkommen zu dir! Chancene hoch mit ihm. Koch. Ich liebe jemanden. Chancen. Ze Under Remember. Ich liebe Gott die Ambителя. Aber ich habe nicht zufrieden. Ich liebe dich. Ich liebe dich assembly. Ich liebe dich. Sch свойbesen. Da da sein, da vor mir Da sei mir'n nicht so